Früher hat mich ein Freund einfach mitgenommen. Sein Bruder hat schon gepaddelt und dann habe ich auch gepaddelt. Er hat gesagt, komm mal vorbei und dann hat das Spaß gemacht. Und dann habe ich einfach angefangen. Ich glaube, dass das Draußensein und das Wasser zu fühlen und das nass zu werden im Sommer, den Schweiß und das alles. Vor allem im Sommer ist es halt schön, wenn die Sonne auf dich drauf knallt und das Wasserspiegel glatt ist, wenn du siehst, wie die Spitze das Wasser schneidet und so, das ist schon ein schönes Gefühl. Das macht auch diese Sportart aus und ich sage. Also hier, ich bin ja extra hier nach Essen gegangen, weil hier eine gute Kombination zwischen Schule und Sport möglich ist. Also wir bekommen ja Freistellungen von der Schule für Frühtraining oder für Wettkämpfe. Das ist alles hier mit dem Sport gekoppelt und das ist schon eine gute Angelegenheit hier.